Seid gegrüßt, Freunde. In vielen Beiträgen sieht man, wie PCR-Tests an allem Möglichen durchgeführt werden. Von Cola über Ziegen bis Motorenöl wurde alles getestet, als würde es kein Morgen geben. Meine Assistentin und ich sind da eher skeptisch. Und so dachten wir uns, okay, wir wollen es wissen. Also los. PCR-Tests sind mit 150 Alpendollar relativ teuer. Und da wir unser Budget nicht überstrapazieren wollten, holten wir die billigeren Antigen-Tests. Die kosten etwa 200 Alpendollar und man bekommt dafür sogar 20 Tests. Infos zum heutigen Test Im Unterschied zum herkömmlichen PCR-Test weisen Antigen-Schnelltests nicht das Erbgut des Virus nach, sondern suchen nach Molekülen, die für das Virus charakteristisch sind. Ergebnis liegt nach etwa 15 Minuten vor. Antigen-Tests weisen demzufolge ein Protein des Virus nach, um festzustellen, ob jemand gegenwärtig infiziert ist. Er erfolgt über einen Nasen-Rachen-Abstrich. Das Ergebnis liegt bereits nach 15 bis 30 Minuten vor. Infizierte sind somit schneller identifizierbar. Also los, lass uns identifizieren. Kleiner Spoiler am Rande, ein Test war positiv. Aber mehr erfahrt ihr hier im Laufe des Videos. Also, los ins Netz und bestellen. Naja, also die Beschaffung war schwieriger als wir dachten. Bei der ersten Seite bekamen wir die Meldung, dass nur an medizinisches Personal geliefert werde. Auf einer anderen Seite liefern sie nur an Ärzte und Apotheken. Zu guter Letzt hatten wir ein seltsames Erlebnis. Nachdem am Abend die Lieferung bestätigt wurde, kam am Morgen die Meldung, dass sich über Nacht die Geschäftsbestimmung geändert haben und nur an medizinisches Personal, bla 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 bla, wieder ein Schuss in den Ofen. Naja, wenn die über Nacht so hart an den Geschäftsbestimmungen arbeiten, machen wir uns halt weiter auf die Suche. Und siehe da, wir fanden eine Seite. Bestellung akzeptiert. Keine Nachtarbeit in der Geschäftsstelle mit den Bestimmungen und so warten wir ein paar Tage auf unsere Tests. Zack, Bestellung kommt sogar an. Wunderbar. Nun konnten wir loslegen. Aber was testen? Wie? Wann? Wo? Wir trafen uns in einem hochprofessionellen Studio. Okay, es ist das Wohnzimmer von WD Kur. Und lasen uns erstmal durch die Betriebsanleitungen der Tests. Wichtige Anmerkung. Auch wenn sich das hier humorvoll anhört, möchte ich betonen, dass wir gewissenhaft alles eingehalten haben, was nötig ist. Wir haben die Tests zuverlässig genau nach Beschreibung durchgeführt. Was braucht man also für solche Dreharbeiten? Klar, die gekauften Tests, eine gut gerüstete und desinfizierte Assistentin und viel Testmaterial. Ja, auch einen Hund wollten wir testen. Wir hatten keine Kuh oder ein Pferd zur Hand. Da musste dann halt der Hund reichen. Passt auch eher ins Studio, ähm, Wohnzimmer als ein Pferd. Ja, ich weiß, Steven Spielberg hat mal gesagt, drehe niemals unter oder auf dem Wasser mit Kindern oder mit Tieren. Das macht die Produktionskosten unberechenbar. Wir haben es trotzdem gewagt und mit unserem Testhund gedreht. Zu den zusätzlichen Kosten wegen unberechenbaren Filmaufnahmen mit Tieren kommen wir dann später. Also, der Test läuft folgendermaßen ab. Probe entnehmen, in ein Röhrchen mit dazugelieferter Flüssigkeit stecken und dann 5 Minuten warten. So wird das Virus, wenn vorhanden, extrahiert. Dann die Flüssigkeit mit dem extrahierten Testmaterial wie in der Beschreibung auf den Test geben. 15 Minuten warten und, tadaa, Testergebnisse sind da. Damit man fixer testen kann, haben wir natürlich alles genau und mit Zeitangaben dokumentiert. Aber genug der technischen Details. Kommen wir zu den Testergebnissen. Bier negativ. Assistentin negativ. Kameramann negativ. Flüssiges Katzenfutter negativ. Testhund negativ. Fleischkäse negativ. Currysoße negativ. Silberzwiegelbillen negativ. Pilze negativ. Rotwein negativ. Pfirsich, Maracuja, Likör negativ. Bio ein negativ. Alte Banane negativ. Drei Wochen getragene Maske negativ. Apfelmus mit Schimmel und Gammel negativ. Schokoladenstängel negativ. Kaffee negativ. Lippenstift negativ. Corona-Bier negativ. Alter abgelaufener Kaffee-Rahm. Positiv. Vergammelter Kaffee-Rahm ist positiv? Ja, echt. Echt. Positiv. Wir waren völlig aus dem Konzept geschmissen, nach so vielen negativen Tests einen positiven zu bekommen. Nach mehrmaligem Nachforschen in der Betriebsanleitung ist das Ergebnis klar. Kaffee-Rahm ist und bleibt positiv. Egal wie wir die Betriebsanleitung drehten und wendeten, Test sagt positiv. Dass das Corona-Bier kein Corona hat, ist eine gute Sache. So bleibt die Schluckimpfung an der Bar eures Vertrauens ohne Folgen. Zu den Extrakosten, die wir hatten, weil wir unberechenbare Aufnahmen mit Tieren gedreht haben, noch folgender Nachtrag. Unser Testhund wurde nebst liebevollem Getätschel und seiner abgemachten Gage von fünf Hundeguzzis mit dem negativen Fleischkäse, dem negativen flüssigen Katzenfutter diversen Testmaterialien zusätzlich entlohnt. Seiten des Testhunds wurden die vertraglich vereinbarten Abmachungen zugunsten von Hund weit übertroffen. Also, liebe Leute, kommt mir nicht mit Tierschutz und so. Weder Kinder noch Tiere kamen zu Schaden. Der Hund kennt mich heute noch und will sich testen lassen, weil die Bezahlung so top war. Naja, die Assistentin meckerte etwas wegen der Ausrüstung und weil ihr hui so heiß war. Aber etwas ist ja immer. Hauptsache, dem Testhund geht es gut. Zu den Testergebnissen. Wir hätten eigentlich lieber 20 von 20 Negativresultate, um glauben zu können, dass diese Tests zuverlässig sind. Jedoch kommen uns irgendwie doch noch Zweifel auf. Warum? Kameramann und Assistentin hatten beide solche Kokolores-Symptome und sind im Januar 2020 an einer sehr heftigen Grippe erkrankt. Im Nachhinein muss man sagen, das könnte sogar C-Problem gewesen sein. Aber dazu mal, es war nur eine schwere Grippe, die dich sowas von umgehauen hat, als wenn du von Mike Tyson eine geföffert bekommst. Das C-Problem kam erst zwei Wochen nach dem Zeitpunkt über die Schweizer Grenze. Aber wenn das schon das C-Problem war, theoretisch müsste doch dann beide positive Tests gehabt haben, oder? Denn da wäre doch das Viruszeug in so einem Test nachweisbar. Aber egal, das Video soll einfach zum Nachdenken und vor allen Dingen zur Unterhaltung dienen. Wir betonen ausdrücklich, dass die Neugier und der Spaß im Vordergrund standen und dies keine medizinisch relevanten Daten sind. Tipp, einfach mal grinsen, was man so in seiner Freizeit im Lockdown-Light alles machen kann. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video, wenn es heißt, frisch geimpft. Du bist nicht du, wenn deine DNA spinnt. Aber dazu brauchen wir erstmal vernünftiges Testmaterial. Das ist zur Zeit noch schwer zu finden. Entweder sind sie schon fanatisch fair geimpft oder weigern sich einfach, an ihrer DNA rumzuspielen. Naja, wir suchen weiter. Wir sehen, lesen oder hören uns. Bis dann, ciao, euer Vedicor.